1.000.000. Schreiben wir so. Gibst du an? Schreiben wir so. 6.0, oder? Also zählst 6. 1.000.000. 1.000.000. Jetzt machen wir hier. 1.000.000. Genau, das ist 1.000.000. Wir treffen 9. Ja, 1.000.000. Jetzt kommt es gleich 9, oder? 1.000.000. Ist das eine Trilliarde? Nein. Das war jetzt eine Milliarde, oder? Jetzt haben wir ein Bidium. Ja. Zwölf, oder? Einfach an. Gut, und jetzt kommt es eine Billiarde, oder? Dann eine Trilliarde. Das ist das, was wir eigentlich kennen. Warte, nochmal 3 mehr. Warte, nochmal 3 mehr. Also 12 plus 3 gibt. Ähm... Äh... 15. Ja, 15. Genau. So... 18 Nein, da ist... So, also So, da ist ein Tridion